Noch vor einem Jahr wäre es fast unmöglich gewesen. Nun planen die beiden Influencer ihre Hochzeit und ein paar interessante Informationen dazu gibt es jetzt hier. Vanessa und ihr Influencer-Freund Alex haben der Community gezeigt, dass sie an sich arbeiten können und eine gesunde Beziehung führen. Auch wenn alle auf genau das Gegenteil gehofft haben. Vor allem während der Sendung Sommerhaus der Stars haben viele Fans die beiden kritisiert. Doch damit ist Schluss, denn die beiden konnten dank der Sendung besser zueinander finden und planen sogar eine Hochzeit. Vanessa gibt nun ein paar Hinweise, wann wir mit so einem Event zu rechnen haben. Es wird wahrscheinlich nächstes Jahr im Sommer stattfinden. Außerdem glaubt sie fest daran, dass im kommenden Jahr was Tolles passieren wird und postet einen Ring-Emoji. Nun muss Alex nur diese Anzeichen verstehen und ihr einen Antrag machen, damit wir ihre Hochzeit erleben können. Scheinbar wartet sie nur auf diesen Moment. Glaubt ihr, es kommt wirklich dazu und die beiden heiraten? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.